Wo fang man an? Ach guck mal, Aschenbecher noch, da dürfte man überall noch rauchen. Hier geht's nicht lang. Ich wollte gerade sagen, ähm, Krankenstation zuallererst. Der Doktor ist ja relativ vertraulich uns gegenüber, der sagt zumindest nicht, wir sollen zuerst mit dem Inspektor reden. Hallihallöchen! Und da ist schon der Nächste. Bitte? Sie wollen doch auch schon wieder was von mir, oder? Ich befürchte ja. Was für ein erster Arbeitstag. Also? Was hat die Untersuchung des Opfers ergeben? Es ist tot. Ich habe sie nicht die Nacht durcharbeiten lassen, Doktor Gephardt. Hm. Sie wurde erschossen. Aus kurzer Distanz, vermutlich mit einer Pistole. Es scheint, als habe sie auf dem Bett gelegen. Der Schuss traf sie ins Herz. Sie war sofort tot. Ein Schuss? Mehr war nicht nötig. Und immerhin fiel auch nur ein Schuss, nicht wahr? Und es gibt auch nur eine Eintrittswunde? Nur eine. Mhm. Aber wirklich perfekt ins Herz getroffen. Ich habe gehört, ich wurde mit Schlafmitteln betäubt. So scheint es. Was können Sie mir dazu sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Glas nicht untersucht? Nein, habe ich nicht. Der Inspektor meinte, er sei der bessere Chemiker von uns beiden. Ich habe ihn gelassen. So konnte ich mich wenigstens auf die Leiche konzentrieren. Hat er doch schon geschlafen. Glauben Sie, die Baronin könnte auch betäubt worden sein? Sie war sehr müde und wackelig auf den Beinen, als Legrand und ich sie getroffen haben. Ich habe davon gehört. Ich muss sie im Salon knapp verpasst haben. Und ohne sie selber gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig. Natürlich. Können Sie zu Ihrem sonstigen Gesundheitszustand etwas sagen? Sie hatte erhebliches Übergewicht und der Butler sagte, sie litt an Diabetes. Trotzdem sei sie seit Jahren bei keinem Arzt mehr gewesen. Klingt nicht gut. Kommt häufiger vor, als man denkt. Einige Leute haben Angst vor Ärzten und bezahlen das mit einem frühen Tod. Gut möglich, dass die Baronin so oder so nicht mehr viele Jahre vor sich hatte. Wissen Sie, aus welchem Glas ich getrunken habe? Wie meinen Sie das? Kapitän Di Conti reichte mir ein Glas mit Champagner. Aber woher hatte er es? Ich... Ich weiß nicht. Haben Sie ihn schon gefragt? Ich frage nur, weil Sie ja auch im Salon waren, als der Champagner herumging. Ja, aber ich habe den Salon erst einige Augenblicke vor Ihnen betreten. Ich bin nicht dazu gekommen, selber ein Glas zu trinken. Was man rückblickend als Glück bezeichnen muss. Da haben Sie natürlich recht. Oder es wurden alle betäubt. Das kann natürlich auch sein, dass er beim Antrunk, weil, wie der Kapitän gesagt hat, um 10 Uhr findet ein Antrunk statt. Alle betäubt werden sollten. Konnten Sie das Projektil schon entnehmen? Hat Legron Sie geschickt? Was ist mit diesem Franzosen? Ich habe doch gesagt, dass ich mich melde, sobald ich es habe. Das habe ich auch schon dem Wachmann gesagt, den er die ganze Nacht lang rübergeschickt hat, nachdem ich Legron selber endlich losgeworden war. Er hat Ihnen über die Schulter geschaut? Er hätte mir wohl am liebsten das Skalpell aus den Fingern gerissen. Aber das hier ist meine Praxis. Und ich lasse mir von Amateuren nicht ins Handwerk pfuschen. Verständlich. Wie lange wird es denn noch dauern? Ich bin gerade fertig geworden. Oh. Mit freundlichen Grüßen an Seine Majestät. Danke. Ich glaube, das war's fürs Erste. Nein. Das war's fürs Erste, Zweite und Dritte. Ich werde mich einige Stunden hinlegen. Oh. Richten Sie das Ihrem Haus aus. Das glaube ich aber. Aber. Ich dachte, er wollte jetzt doch umarmen. Gute Nacht, Brüderchen. Könnte ich dann zumindest den Schlüssel bekommen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir das Opfer doch mal untersuchen müssen. Dann weiß der verehrte Inspektor, wo er mich finden kann. In meiner Kabine. Im Bett. Gute Nacht, Wachtmeister Zellner. Ja, okay. Aber. Mittlerweile finde ich ihn nicht mehr ganz so verdächtig. Okay, die Handschuhe sind immer noch ein bisschen merkwürdig. Aber sei es drum. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Hm. Dieser hier wurde nicht gezogen. Die Verplombung ist intakt. Oh, okay. Alarm finden. Ich zahle nichts für diese Reise. Und das ist auch der angemessene Preis für meine Kabine. Sie ist als eher schlicht zu bezeichnen. Ach, ist die Kabine dort, ja? Nein, ich habe genug geschlafen. Können wir da durch? Das ist Legands Kabine. Herein. Ah, Zellner. Sind Sie einsatzbereit? Guten Morgen, Inspektor Legand. Mir brummt noch der Schädel, aber ich denke schon, dass ich... Chloralhydrate. Hm? Deswegen brummt Ihnen der Schädel. Ich habe Spuren davon in Ihrem Champagnerglas gefunden. Oh. Was haben Sie bisher herausgefunden? Der Baronin wurde aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Wir haben den Schuss gehört. Der Mörder entfernt sich schnell aus der Kabine und lässt später die Mordwaffe über die Reding gleiten. Einfache Geschichte soweit. Nur warum war die Kabinentür verschlossen? Exakt. Hätte der Mörder es wie einen Selbstmord aussehen lassen wollen, hätte er ihr in den Kopf geschossen und die Waffe am Tatort gelassen. Und wenn es Mord war, warum hat er sich die Mühe gemacht, die Tür von innen zu verschließen? Und wie hat er das überhaupt angestellt? Zumal wir nur Sekunden später vor Ort waren und niemanden in der Nähe der Kabine beobachtet haben. Da passt was nicht zusammen. Nein, tut es nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, da haben Sie eigentlich auch recht, weil diese Fenster, Luke, in der Kabine oder direkt zur Reling, da sind die ja vorbeigelaufen, als Sie den Schuss gehört haben. Treppe runter und dann gleich ins Schiff hinein. Sie haben die Tatwaffe gefunden? Auf der Gangway am Schiffsrumpf. Ich vermute, der Mörder wollte Sie im Meer entsorgen. Er könnte sich an die Brüstung gestellt haben, um sie unauffällig fallen zu lassen. Und weil er sich an Bord des Schiffes nicht auskennt, hatte er Pech und hat genau die Gangway getroffen. Ja. Klingt das für Sie überzeugend? Kein bisschen. Für mich auch nicht. Um was für eine Waffe handelt es sich? Eine Pistole. Eine Luger 08. Antik. Millionenfach im und nach dem Ersten Weltkrieg gebaut. Österreichisches Modell. Sie gehört David Kreuzer, dem Geiger. Wir haben ihn heute Nacht völlig betrunken am Bug des Schiffes gefunden. Er hat bestätigt, dass es seine Waffe ist. Behauptet aber, sie sei ihm gestohlen worden. Fingerabdrücke? Nichts. Bemerkenswert ist allerdings, dass zwei Patronen aus dem Magazin fehlen. Hm. Und es handelt sich sicher um die Tatwaffe? Die abschließende ballistische Untersuchung steht noch aus. Tatsächlich warte ich schon deutlich zu lange auf das Projektil aus der Leiche. Gehen Sie mal rüber, Zellner, und machen Sie dem guten Dr. Dampf. Wegen der Kugel. Hier ist sie. Hervorragend. Geben Sie her. Wie vermutet, 7,65 Millimeter Parabellum. Wollen Sie sie denn gar nicht näher untersuchen? Sobald ich Zeit dafür habe. Wir können vorerst davon ausgehen, dass wir die Mordwaffe haben. Es wird nicht allzu viele antike Luger 08 Pistolen an Bord geben. Dürfte ich mich mal in der Kabine der Baronin umsehen? Wir haben sie bereits gründlich untersucht. Sicher, aber jetzt bei Tageslicht? Ja, schon gut. Es kann nicht schaden. Hier, nehmen Sie die mit. Danke. Ich melde mich, sobald ich etwas Wichtiges gefunden habe. Aber bitte auch nur dann. Ich habe zu tun. Natürlich. Mh, ein paar Sachen können wir auch alle für immer stellen. Der Geiger. Glauben Sie dem Geiger? Ich werde ihn mir nachher als Ersten im Verhör vornehmen. Heute Nacht behauptete er, sich an gar nichts aus den letzten Stunden erinnern zu können. Er hätte eine ganze Flasche Kräuterschnaps geleert. Er war im Zug und hat kein Alibi. Seine Trunkenheit könnte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein. Er passt ins Profil. Er ist viel auf Reisen, hat Zugang zur High Society. Dürfte interessant werden. Und dieses Chloralhydrat? Ist ein Betäubungsmittel. Kann in Alkohol aufgelöst werden. Die Wirkung beginnt nach einigen Minuten und hält stundenlang an. Wer hat Ihnen das Champagnerglas gegeben? Das Glas hat mir der Kapitän gegeben. Ich glaube, es war Kapitän Dikonti. Wenn uns Glauben reichen würde, wären wir Priester geworden, Herr Wachtmeister. Seien Sie ein Polizist und finden Sie es heraus. Verstanden. Hä? Naja, glauben nicht. Er hat uns das Glas gegeben. Die Frage wäre natürlich besser gewesen, wer hat das Glas eingeschenkt? Hm. Sie glauben, der Juwelendieb ist der Mörder? Um den Tresor zu öffnen und das zweite Auge des Sphinx zu stehlen, fehlte unserem Freund nur noch ein Schlüssel, der der Baronin. Zumindest haben wir diese Information verbreitet. Was meinen Sie damit? Die Baronin war für ihre Vergesslichkeit bekannt. Ich habe sie überredet, mir den dritten Schlüssel zu geben. Mir erschien es sicherer. Für das Auge. Der Dieb durchsucht die Kabine der Baronin auf der Suche nach dem dritten Schlüssel? Sie kommt früher als erwartet aus dem Salon zurück? Überrascht ihn und er kann nicht zulassen, dass ihn jemand identifizieren kann? Er hält sie in Schach, bis die Luft rein ist und erschießt sie. Und damit wäre ein Dieb zum Mörder geworden. Und hätte trotzdem noch immer nicht alle Schlüssel. Auch ein bisschen fahrlässig war, quasi die Baronin so ein bisschen als Köder zu benutzen. Jetzt ist sie ja tot. Sind Sie sicher, dass dieses Mal keine Bombe drin ist oder vielleicht eine Seemine? Er wurde in London unter den Augen aller von Professor Lucien verschlossen und wird erst in Kairo wieder geöffnet werden. Hoffen wir es. Es würde Stunden dauern, ihn zu knacken und man bräuchte schweres Werkzeug. Oder die Schlüssel. Oder die drei Schlüssel. Wobei sich der dritte Schlüssel, ja, also die Baron hat einen, der Inspektor hat einen und der dritte Schlüssel, der Museumsbesitzer in Kairo. Glauben Sie, glauben Sie wirklich, der Rabe von damals steckt hinter all dem? Er hat den Brief verfasst, der auf dem Tresor im Zug lag. Ohne den Brief hätten wir den Tresor nicht geöffnet und die Bombe nicht aktiviert. Aber es passt nicht zu ihm, oder? Der Rabe war bekannt dafür, bei seinen Einbrüchen keine Menschen zu verletzen, geschweige denn zu töten. Es ist seine Handschrift und er spricht mich mit Nico an. Niemand sonst tut das. Ich habe diesen Mann jahrelang durch halb Europa gejagt. Er ist es. Er muss es sein. Aber die Indizien? Schluss damit! Da werde ich mal gehen und ermitteln, wer wir das Glas mit dem Schlafmittel gab. Tun Sie das! Also ich glaube nicht richtig daran, dass es halt... Inspektor Legrand, ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich eine Pause gönnen. Schlafen kann ich, wenn ich den Raben habe. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Bis später. Legrand riskiert bei der Rabenjagd nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Gesundheit. Er ist wie besessen. Vielleicht schnappte er deswegen damals den Raben und niemand sonst. Gut, wenn wir mal Erfahrungen bringen, wer uns das Glas gegeben hat. Auch wenn ich glaube, halt wie gesagt, es war der Kapitän gewesen. Wir gehen natürlich in die Kabine von der Baronin. Und wenn wir uns einfach nochmal ein Schiff umschauen, weil das Gespräch an sich... Ich habe es ja schon mal so in den ersten Folgen mal erwähnt, was mir aufgefallen ist. Solche wichtigen Gespräche können die komplette Handlung... Am und im Ort total verändern. Vorher gucken wir uns einfach mal hier die Einträge an. Wo sind wir denn jetzt hier? Dr. Gepard, dunkle Gestalt, die drei Schlüsselkapitän, die Conti, der blinde Passagier. Nur Spuren und Hinweise. Nur Spuren und Hinweise haben wir immer natürlich die Tatwaffe, die Patrone. Wo man auch sagen muss, es haben ja zwei Patronen geführt. Die eine natürlich jetzt auf die Baronen abgefeuert wurde. Und ich glaube mal, die andere wird wahrscheinlich die im Frachtraum sein, die auf uns gefeuert wurde. Oder generell abgefeuert wurde. So, wer ist der Rabe? Finde, Hinweise, ein Mittel, wer der Rabe ist. Wer ist der Mörder? Ich sollte nach Indizien suchen, die uns weiterhelfen können. Vielleicht hat der Schuss, den ich im Lager umgehört habe... Das ist jetzt, was ich gesagt habe. LeGround hat mir erlaubt, die Kabine der Baronin zu untersuchen. Hinweis, ich sollte die Kabine gründlich nach Spuren untersuchen. Also, das sind genau die zwei Dinge, die ich untersuchen möchte. Von daher, ja, behalten wir das so. Gucken wir uns erstmal die Kabine hier an. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Bin ich mal gespannt, was wir in Erfahrung bringen können. Hm, hinter der Luke dürfte es einen Lüftungsschacht geben. Normalerweise ein guter Weg, um irgendwo unauffällig ein- oder auszubrechen. Aber wir befinden uns auf einem Schiff. Die Lüftungsschächte hier sind sehr eng. Ja, trotzdem, das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Ich kann nicht sagen, wieso. Und auch wenn es unmöglich erscheint. Aber irgendetwas sagt mir, dass der Mörder die Kabine durch die Tür betreten und verlassen hat. Die Frage ist nur, wie? Aber oben, diese Lüftungsgitter, die waren ja defekt gewesen. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Warte mal da oben. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor fünf Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Eine portable Bar, würde ich das nennen. Muss unglaublich anstrengend sein, das große, schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwagons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Beeindruckendes Stück. Aber ich denke nicht, dass es mich bei den Mordermittlungen voranbringen wird. Aber ich glaube, der Alarm, der ausgelöst wurde, war wahrscheinlich der gewesen, den man gehört hat. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. Seien Sie am... Achso, um 22 Uhr im Salon an Bord. Dieses Schiff ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B Da steht... Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. Am Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben. Und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Legrand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten. Sonst hätte er etwas davon gesagt. Hm. Eingepackt. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. Jakob! Herr Zellner, ich wollte es so nicht sagen. Sonnenblumen. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Oh, er hat auch die Vase zuerst, bitte. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Hm. Man kann nichts erkennen. Boah. Schwerer als sie aussieht. Aha. Warum wurden die Daunen in die Vase geworfen? Oder ist da noch mehr drin? Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Gut möglich... Mitty... Das ist seltsam. Es ist nur eine Spule im Tonbandgerät. Und das ist die falsche. Nein. Keine Spur von der Originalrolle. Eine Spule von Saibling. Ich kenne die Marke. Bänder von Saibling sind darauf ausgelegt, viele Male überspielt werden zu können, ohne so stark an Qualität zu verlieren wie andere Bänder. Sie werden zum Beispiel in Büros eingesetzt, in denen der Chef seiner Sekretärin immer neue Briefe auf ein und dasselbe Band spricht. Für viel mehr sind sie aber auch nicht zu gebrauchen. Ihre Robustheit geht zulasten der Tonqualität. Auf der Matratze ist noch im Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdicke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Wir sind sehr weit unten, aber okay. Hm, nichts. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Hm, irgendwie. Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Geppert heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte... Ich sollte eine... Ah, okay. Also irgendwas zum Kratzen brauche ich wahrscheinlich. So, also wir haben einmal die Vase. Da ist was dringe. Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Genau, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Hm, die Bullaugen... Es ist dasselbe... Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, ihre Koffer auszupacken. Oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken. Hm, das alles zu durchsuchen dürfte Stunden dauern. Aber hier, die Handtasche der Baronin. Aha. Ein kleines in Leder gebundenes Buch. Die Jahreszahl 1964 ist eingraviert. Es dürfte das Tagebuch der Baronin sein. Mal sehen. Ja, es ist tatsächlich ein Tagebuch. Schwer zu lesen. Kein Eintrag von gestern. Sie beschreibt kurz und nüchtern, was sie in letzter Zeit gemacht hat. Maurice getroffen, Benefizkonzert für Renovierung Louvre Südost vereinbart. Times-Fototermin, Auge der Sphinx. BM. Unfähiger Fotograf, zu umständlich. So geht es weiter. Hm. Dieser Eintrag sieht seltsam aus. Die Schrift ist zittrig. Schwer zu lesen. Von Bubi geträumt. Gestern wäre sein Geburtstag gewesen. Nächste Woche der von J. Hm. Bubi könnte vielleicht ihr Sohn sein und J vielleicht ihr Mann? Die Baronin war eine vielbeschäftigte Frau, die einen Verlust verkraften musste. Sie schreibt von Bubi und J, die beide nicht mehr zu leben scheinen. Im Krieg hatte fast jede Familie Tote zu beklagen. Vielleicht auch ihre. Ich lasse es da liegen. Ich habe nicht die Zeit, es vollständig durchzuarbeiten. Na gut. Kosmetik, ein Taschentuch, ein Brillennatouille. Nichts außer Gewöhnliches. So, da unten liegt nämlich was. Irgendetwas ist da. Hm. Daunenfedern. Vielleicht aus einer Decke oder aus einem Kopfkissen. Nichts besonderes. Obwohl. Es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt. Verbrannt geradezu. Hm. Ich nehme sie mit. Ja, ich denke mal, die kommen wahrscheinlich vom Schuss. Also. Was haben wir eigentlich in der Kabine alles entdeckt? Oh, warte mal. Der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Geppert sie eintrat. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Hm. Mal angenommen. Der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aus Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Geppert die Tür auftrat. Was unwahrscheinlich ist. Denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Also. Ich bin der Meinung, er hat die Kabine auf alle Fälle über die Lüftungsschäfte verlassen. Wo die Abdeckung oben ja auch kaputt ist. Wir brauchen jetzt mehr Gips hier, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sehen und zu finden und sich zu merken. Oh, da unten. Ja, die Feder natürlich auch. Ähm, wir brauchen etwas, um in die Vase reingreifen zu können. Noch mehr Daunenfäder. Und auch diese sind angesenkt. Und, äh, etwas, um diesen Blutfleck zu untersuchen. Die ungewöhnliche Färbung des Bluts. Ich sollte eine... Also, was haben wir jetzt hier eigentlich alles? Wir haben... Turmbandspur. Daunenfäder. Die Nachricht der Baronen. Das war's, ja. Sowohl unter dem Bett der Baron. Wir müssen mal gucken. Oh, da ist ja der Butler. Der Butler, der Baronin, sieht aus, als hätte er ja nicht viel geschlafen. Seinen Gesichtsausdruck würde ich als sorgenvoll bezeichnen. Hallo, Mr. Inch. Oh, Herr Wachtmeister. Sie sehen mitgenommen aus. Es muss schrecklich für Sie sein. Natürlich. Ganz fürchterlich. Niemand wird mich mehr einstellen. Ähm, wie bitte? Meine Herrin wurde ermordet. Würden Sie einen Butler einstellen, in dessen Umgebung Morde geschehen? Wenn sich herausstellt, dass sie keine Schuld trifft. Wenn. Aber wenn nicht, wem wird man dann die Schuld in die Schuhe schieben? Gärtner gibt es auf diesem Schiff keine. Ich verstehe Ihr Problem. Unter diesen Voraussetzungen werden Sie mir doch sicherlich einige Fragen beantworten, die helfen könnten, Sie von jedem Verdacht zu befreien. Natürlich. Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Nachdem sich die Baronin in den Salon begeben hatte, bin ich aufs Vorderdeck gegangen. Das war ich, bis der Alarm losging. Ich bin zum Nebendeck gelaufen und dort kurz nach Professor Lucien und Miss Miller eingetroffen. Dort haben wir Sie und den Inspektor Legrand vorgefunden. Sie waren ohnmächtig und der Inspektor bat uns, uns um Sie zu kümmern. Haben Sie den Schuss gehört? Nein, nur den Alarm. Sie meinte, Sie seien auf dem Vorderdeck gewesen. Es klang, als hätte die Baronin Ihnen für den Rest des Abends freigegeben. Nicht ganz. Ein Schiffsjunge informierte mich darüber, dass die Baronin dringend um Viertel vor zehn geweckt zu werden wünsche. Richtig. Was hatte es damit auf sich? Ich vermute, dass sie mit den anderen Gästen und dem Kapitän auf die Reise anstoßen wollte. Ursprünglich wollte sie sich wohl nicht mehr zwischendurch hinlegen. Das war nicht ihre Art. Sie war sehr ausdauernd, was gemütliche Runden mit dem einen oder anderen Gläschen Champagner angeht. Gut, der Mose bestimmt betäubt. Die Kabine der Baronin scheint durchsucht worden zu sein. Allerdings. Von der Baronin selbst. Tatsächlich? Sie hat den ganzen Nachmittag etwas gesucht. Und hat sie es gefunden? Ich glaube, ja. Sie war in Hochstimmung, als sie endlich aus ihrer Kabine kam. Sie wissen aber nicht zufällig, was sie gesucht hat. Ich befürchte nein. Würden Sie die Baronin als ordentliche Frau beschreiben? Nun ja, sie hatte immer sehr viele Verpflichtungen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie nahm stets viel Gepäck mit auf Reisen. Und ich half ihr, den Überblick zu behalten. So gut es ging. Sie war immer sehr wütend, wenn sie etwas nicht finden konnte. Was ist mit den Fotos und Dokumenten, die ich in der Kabine gesehen habe? Ich weiß es nicht genau. Die waren für mich tabu. Erinnerungsstücke von vor dem Krieg, würde ich sagen. Sie hing sehr an ihnen. Die Baronin schien recht betrunken gewesen zu sein, als ich sie das letzte Mal lebendig gesehen habe. Tatsächlich? Das überrascht Sie. Trank die Baronin normalerweise nicht? Oh doch. Genug, um es hier nicht mehr anzusehen. Ich verstehe. Wie schlimm war Ihr Alkoholproblem? Schlimm genug, um Ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Nein. Sie weigerte sich standhaft, einen Arzt aufzusuchen. Wie viele ältere Damen hatte sie eine starke Abneigung gegen Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen. Wie lange arbeiten Sie schon für die Baronin? Etwa ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ich habe immer gedacht, Butter bleiben für Jahrzehnte bei Ihren Arbeitgebern. Auch diese Jahrzehnte müssen irgendwann beginnen, Herr Wachtmeister. Ihr vorheriger Butler konnte seine Arbeit nicht mehr erfüllen. Gicht. Verstehe. Ich habe seine Aufgaben übernommen und hoffte auf eine sichere Beschäftigung für die nächsten 20 Jahre. Darf ich fragen, was mit Ihrem Arm passiert ist? Ein Andenken an den Krieg. Behindert Sie ein steifer Arm nicht bei Ihrer Arbeit? Ja, das tut er. Ich wollte Ihnen nicht so nahe treten. Die Baronin hatte ein Herz für Kriegsversehrte. Ich glaube, sie hat selber sehr viel durchgemacht. Ich denke, das war erst einmal alles. Bitte finden Sie den Mörder. Sie müssen mich von jedem Verdacht reinwaschen. Also richtig viele Informationen haben wir natürlich jetzt nicht bekommen. Der Tod seiner Herren scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht Sie vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. Außer vielleicht, dass das wahrscheinlich wirklich zutreffen kann, dass sie irgendwelche Geliebten im Krieg verloren hat. Bubi und Jay, wie im Tagebuch beschrieben. Denn der Butler wurde auch eingestellt, obwohl er eine Kriegsverletzung hatte. Und ja, ansonsten konnte er uns eigentlich nicht weiterhelfen. Wie gesagt, wir brauchen auf alle Fälle noch irgendwie ein Gegenstand, mit dem wir halt irgendwie an diese Vase herankommen. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für ne besondere Zeit. Bis bald!